Es gibt aber das Hausbruch drüber und das ist nicht da. Das Hausbruch drüber und das ist nicht da. Hallo. Sieht ihr das nicht da? Ja, ich sage es doch. Das Hausbruch drüber. 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 Vielen Dank. Achso, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann müsstest du bei den Stangen oder Gedienst sozusagen gemahlen? Das müsste bei den Bio-Produkten sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist nicht das Ei, was wir hatten. Nein, das ist weiter vorne. Guck mal, hier sieht es edler aus. Zimtzucker ist das. Das ist Zimtzucker. Hier sieht es edler aus. Zimtzucker Zimtzucker Rote Karawane, ah, das ist ein super Rote Karawane. Genau, der hat gerade einen Karawane gesehen. Hier, Zimt, dann mit Eilung. Zimt, dann mit Eilung. Das ist das andere ist? Ja, das ist mit Eilung. Ja. Zimt das ist. Und dann haben wir den Koffi Koffi. Ja, das ist ja auch schön. Die Koffi sind ja auch schön die Klesse. Ich habe das nicht nur die Koffi. Das ist ja sehr schön. Die Koffi, das war die Koffi, das ist ja sehr schön. Das ist für alle Eiteit. Also kann man das nicht. Oder wie ein Koffi in die Koffi machen. Das war's für heute. Das ist Chili-Rachsöl, aber das ist halt normal. Kann ich für irgendwas sehen. Jetzt haben wir das noch gut. Ja, das ist normales Apfel. Verlust das Fluss des Flusses oder Flusses, Lüste oder so was, Bauchewende? Irgendwas im Angebot? Lüste oder so was, Bauchewende? Ja, ja. Das war's für heute. Ja. Was isst sie immer? Das ist eine Zwiebel. Das war die Zwiebel. Das ist eine Zwiebel. Das ist eine Zwiebel. Vielen Dank. 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 Was ist das hier oder das? Also die Produkte sind sehr gut und vor allem scheiße. Okay. Ich mag, er redet das über ein. Ah, okay. Das ist natürlich nicht das, was die beiden für... Ja, 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 ja. Ja, 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 das ist was ganz anderes. Ja, 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 das ist was ganz anderes. Aber das könntest du hier... Rot ist für... Ja. Bestimmt auch mal holen. Wenn du eine kleine Box mitnimmst. Bestimmt, ja. Das hält sich ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das ist ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Das ist ja, ja. Das ist ja, ja. Ja, ja. Das ist ja, ja. Das ist ja, ja. Das ist ja, ja. Und aber das ist ja, ja, ja. Kürbischwein Kürbischwein Skow-Mahe Ja Achso Ja Hier gibt es noch Trübel Du hast eine Karte Trübel Schau mal Ich hab eine Tasche Okay Ich hab eine Tasche Und wir können uns noch etwas geben Ich bin noch bein und schnapp's. So was finde ich ganz ungewacht. Von wenig zu wenig Sohle. Off machen, fertig. Das macht sich viel zu wenig. Die ganze Reihe. Off machen. Die ganze Reihe. Die Zitze. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, oh, oh. Sohle. Take some off, okay? Okay. Oh, da, das ist gut. Sohle. Ja. Ja, das ist gut. Hier gibt es diese scharfen Soßen. Die sind so klein. Die sind super. Ja, wir müssen jetzt versprechen, die super scharfe ist. Die haben wir in Berlin. Ich glaube, da sind uns die Scoville angegeben. Medium und Hot. Die rote ist Hot. Die würde ich dir empfehlen. Meinst du echt mit Hot gleich ausgehen? Nicht Medium? Aber sieben Euro ist ganz schön fett, ne? Das ist schon fett. Die müssen wir schon an der Sausen machen. Wie ist das? 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 Das schmeckt schön. Ja. Kühlreich schmeckt. Gründer. Ja. Unreich. Ja. Bleib. Bleib. Ja. Bleib. 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 Oh, okay. Oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wenn wir nicht, ist richtig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. 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 Guck mal, was ich hier gefunden habe. Wir brauchen nämlich noch diesen Ostrich. Ja, habe ich gerade. Oh, Halleluja. Das ist aber Pesto. Pesto wollte man doch, oder? Nee, sie wollte für Prusketta Ostrich. Und blöderweise... Nehmt man da kein Pesto? Pesto, oder? Nee, das nimmt sie für Nudeln. Ja, das nimmt sie für Nudeln. Ja, das nimmt sie für Nudeln. Ja, das macht sie für Nudeln. Ja, das wird sie für Nudeln. Ja, ja. Ja, das war's. Ja, wie gerade auch bei Nudeln. Sie können sehr gut, weil sie nicht so gut hineingenommen werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Schau mal, wo Palmpfett drin ist. Speisesalz, Rantwein-Effrich, Schwefeldioxid. Ja, und hier? Na, Freigelb. Weizen, Soja, Sellerie, Tomaten, Marzillen, Rapsicachio-Kerne. Das hast du schon. Das ist das, ne? Wir nehmen das. Ich rate zu dem, welches Tomate oder Paprika. Gibt es weh? Tomate. Tomate, alles da, ne? Finde ich auch. Dann hast du schon. Dann hast du noch Kürbis. Das ist rot. Das ist rot. Ich glaube, ich kann nicht. Ich kann nicht. Hier, ne? Oh, nee. Ich brauch Dela. Ich hab's in den Nudeln. Ich hab' den Dorf. Ich hab' den Dorf. Und sie haben sein. Ich hab' den Dorf. Ich hab' den Dorf. Ja, ja. Wir können ja auch einfach Papier auslustern, wir müssen ja nicht mehr über die Futter laufen. Ganz, ganz viel mit der Zeit. Danke. Die Ziele sind sehr gut. Meine heiße Little Lemonade. Ich liebe es. Juli sagt, ich mache viel sauer. Ich mache viel sauer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020